Operation Trampolin haben die Ausbilder die Übung genannt, zu Ehren des Gastes aus Deutschland, der höflich beeindruckt ist, aber nicht beruhigt. Das ist echt, Leute. Operation Trampolin in der Elfenbeinküste. Leute, ich kann kaum noch. Das ist echt. Das ist wirklich echt. Ich habe es am Anfang für ein Fake gehalten, Leute. Ich habe es am Anfang echt für ein Fake gehalten. Nein, das ist im ZDF gelaufen, dieser Beitrag. Guckt nochmal. Operation Trampolin. Operation Trampolin. Ja, Annalena Baerbock, du hast es wirklich geschafft. Oh, ich lache schon seit einer Stunde über dieses Video, Leute. Aber ihr müsst jetzt mitlachen. Ihr müsst mitlachen. Operation Trampolin haben die Ausbilder die Übung genannt, zu Ehren des Gastes aus Deutschland, der höflich beeindruckt ist, aber nicht beruhigt. Um die Elfenbeinküste, ein Land am Äquator in Afrika. Dort ist unsere Bundesaußenministerin zu Gast. Und dort gibt es tatsächlich das Problem, dass dort gewisse Dörfer besetzt halten etc. Die innere Sicherheit, sie ist noch schlechter als in Deutschland. Wir haben mal wieder ein Land gefunden, in dem es tatsächlich schlechter ist als in Deutschland. Aber dass ich dann hier eine Operation Trampolin nenne. Das muss ich erstmal sacken lassen, aber ich finde das todwitzig. Vor allem, dass das ZDF das so auch noch gebracht hat. Ich versuche euch jetzt hier noch ein paar Bilder zu zeigen. Es sind die Beispielbilder, wie die Polizei hier ausgebildet wird. Ich hoffe, YouTube hat dagegen nichts einzuwenden. Denn ansonsten müsst ihr diese Bilder in meinem Telegram-Kanal suchen. Aber am besten abonniert ihr meinen Telegram-Kanal sowieso. Da gibt es manchmal witzige Zusammenschnitte, die ihr hier nicht findet. Also da gibt es auch Inhalte, die findet es du nicht auf YouTube. Und dann kannst du auch noch mich bei X abonnieren. Operation Trampolin. Leute, Operation Trampolin ist echt der Knaller. Ich zeige euch jetzt, was das ZDF dazu noch gesendet hat. Ein Knall, ein Schrei, ein paar Schüsse und das Dorf ist befreit. Operation Trampolin haben die Ausbilder die Übung genannt. Zu Ehren des Gastes aus Deutschland, der höflich beeindruckt ist, aber nicht beruhigt. Ah, ernsthaft? Haben Sie das wirklich so gemacht? Ein Knall, ein Schrei, ein paar Schüsse und das Dorf ist befreit. Ein Knall, ein Schrei, ein paar Schüsse und das Dorf ist befreit. Ja genau, realistisches Szenario für Afrika würde ich sagen, Operation Trampolin. Genauso realistisch ist hier diese Übung, die sie gemacht haben. Ich bin wirklich fasziniert, ich liebe die Elfenbeinküste dafür. Ich liebe sie dafür. Es ist wirklich fantastisch, wie sie uns hier auf die Schippe nehmen. Also das ist für die Ewigkeit. Operation Trampolin an der Elfenbeinküste zur Vertreibung aus den Dörfern. Annalena, du machst dich hier wirklich lustig für die Ewigkeit. Das ist wirklich lustig. Ich komme darauf nicht zurecht. Also das ist wirklich gut. Und das ZDF hat hier das Sommerloch mal gefüllt mit einer interessanten Meldung. Wisst ihr, was aber noch lustiger ist? Was wirklich noch unverschämter ist von Frau Baerbock? Bei ihrem jetzigen Besuch in der Elfenbeinküste hat die Außenministerin die Militärregierung der Region dazu aufgefordert, in die internationale Gemeinschaft zurückzukehren und auf Gewalt zu verzichten. Und dann nennen sie eine Operation wie Annalena. Also mehr vorführen in der Welt geht nicht. Es ist eigentlich peinlich für Deutschland. Operation Trampolin. Ich werde das nicht vergessen. Das wird bald mein neuer Klingelton am Handy. Es gibt hier Putschisten und ein Regime. Frau Außenministerin, passen Sie auf, dass Sie nicht verboten werden von Frau Faeser. Sie sagen Regime. Regime ist ein böses Wort, haben wir bei Herrn Elsässer gelernt. Es ist Wahnsinn. Sie fliegt an die Elfenbeinküste. Kommen wir mal zu den Moneten, die das Ganze wieder für uns gekostet hat. Baerbock hat angesichts des erstarkenden Islamistischen in einigen Ländern auch die Internationale Akademie zur Bekämpfung in Abidjan besucht. Ein Beitrag in Höhe von 2,5 Millionen Euro wird zur Finanzierung und Einrichtung von Deutschland zur Verfügung gestellt. Auch die deutsche Spezialeinheit GSG 9 der Bundespolizei trainiert regelmäßig in Abidjan. Unterstützt werden die einheimischen Spezialisten von Fachkräften aus Frankreich und den USA, unseren Experten für Demokratie. Ich vermisse die Briten, die haben wohl gerade keine Zeit. Sie hat auch noch andere Länder dort besucht in Afrika. Operation Trampolin haben die Ausbilder die Übung genannt, zu Ehren des Gastes aus Deutschland, der höflich beeindruckt ist, aber nicht beruhigt. Der höflich beeindruckt ist, aber nicht beruhigt, ja. Ist ja auch eine Putschisten-Regierung und sie sind hingeflogen, ja. Aber die Taliban nicht anerkennen in Afghanistan. Ganz mein Humor. Ganz mein Humor, Frau Baerbock. Sie machen sich lächerlich und das ZDF macht sich lächerlich dazu über sie. Das geht in die Ewigkeit ein. Bitte sendet das an jedem, der heute noch nicht gelacht hat oder den du ärgern möchtest. Aber Operation Trampolin wird in die Geschichte eingehen, in die Geschichte der Elfenbeinküste und in die Geschichte der deutsch-afrikanischen Beziehungen für den Wendepunkt, wo die Afrikaner gesagt haben, merkt ihr eigentlich, was ihr für eine Außenministerin hier habt? Aber abonniere den Kanal. Du kannst ihn selbstverständlich auch deabonnieren. Bei mir gibt es keine Zwangsgebühren. Wer nicht will, der muss nicht. Und du kannst aber auch dabei bleiben. Und dann sage ich, ciao, bis bald.